Es sind einfach zwei Jahre vergangen, seitdem ich das letzte Mal richtig gezeichnet habe. Und das, obwohl das mir immer Spaß gemacht hat. Ich weiß auch nicht, warum ich ja aufgehört habe. Aber ich werde wieder damit anfangen. Wusstet ihr eigentlich, dass mein allererstes TikTok ein Zeichenvideo war? Okay, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich so eine Zeichen-Challenge machen will und ich brauche euch dafür. Ich hoffe so sehr, dass ihr da Bock drauf habt und mitmacht, denn ihr entscheidet jetzt meine nächste Zeichnung. Egal, ob das ein Gegenstand ist oder ein TikToker. Oder ihr schickt mir einfach auch ein Bild von euch. Ganz egal was, seid einfach kreativ. Ihr entscheidet es und ich zeichne es.